Hallo du, was ist denn los? Hallo, ich. Was ist denn los? Ach, ich wollte doch ein bisschen. Jetzt geh ich ins Bett, wein. Ich hatte einen schönen Traum. Der war so schön. Siehst du denn aus? Unreißiert. Ja. Hinterher gehen oder so? Es sollte auch nicht so professionell sein. Hallo, du? Hallo, ich? Was ist los? Ach, hör auf. Noch mal rein. Ich hätte mich nicht wieder gemacht. Auch nicht. Wie oft würdest du dir in den Kopf stoßen? Was machst du denn da oben? Na, ich wollte hier ein bisschen klettern. Wie willst du denn da wieder runterkommen? Ja, das ist eine gute Frage. Wo fällst du denn jetzt hin? Na, ich hoffe nicht so tief. Ach, einkaufen. Ich wollte hier die Wand hochklettern. Wolltest du denn eben hier runterkommen? Na, ich habe keinen Plan. Wo fällst du denn jetzt hin? Weiß ich nicht. Da gibt es ja nicht mal was zu essen oder zu trinken. Hallo, ich. Das ist so egal. Hey, wo wird sie denn hin? Ich wollte es ein bisschen knacken. Ich würde es nicht mal weiß. Ich würde es nicht mal aufbauen. Ich würde es nicht verablen. Und dann wäre es mal auf dem Kopf. Und dann wäre er kein Problem. Wenn du dich bist,